Ja, herzlich willkommen. Heutzutage muss man sich testen lassen, um seine Gesundheit nachzuweisen. Wir haben unsere Gesundheitskompetenz eigentlich abgegeben an die Ärzte, an die Pharmaindustrie. Herzlich willkommen, Andreas Sönigsen, Professor Dr. Andreas Sönigsen von der Medizinischen Universität Wien und Dr. Alexandra Kleberg, meine Partnerin, Psychoanalytikerin. Wir möchten mit dem Andreas Sönigsen heute ein Gespräch führen darüber, wie eigentlich seine Analyse, seine Anamnese des Gesundheitswesens ist und wie ein künftiges Gesundheitssystem eigentlich aussahen können. Dr. Andreas Sönigsen ist ein ganzheitlich denkender Arzt. Er ist ein Wissenschaftler, der auch selber noch sehr in der Praxis mit beiden Beinen steht. Und vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen, Andreas. Ja, ich bin Facharzt für Innere Medizin und habe sehr lange eine eigene Praxis, eine Kassenpraxis in München gehabt, 14 Jahre lang. Und hatte aber immer schon ein großes Interesse für die Wissenschaft und auch für die Ausbildung von jungen Ärzten und Ärztinnen. Und so bin ich dann sozusagen aus der Praxis wieder zumindest teilweise in die Universität geraten, war dann sechs Jahre in Salzburg an der Universität und habe dort das Institut für Allgemeinmedizin geleitet, war dann sechs Jahre an der Uni Wittenherdecke in Deutschland und bin jetzt seit zweieinhalb Jahren an der Medizinischen Universität Wien, leite dort die Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin. Ja, vielleicht noch als Besondere dabei, du bist, wie ich selber auch, du bist Kandidat für die Basis für den Bundestag. Du bist unser bayerischer Spitzenkandidat. Und es ist natürlich toll, dass wir einen so kompetenten Mediziner haben dafür. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr spannend, heute mit dir darüber zu reden, wie könnte dein künftiges Gesundheitssystem aussehen. Aber vielleicht die Frage nochmal zurück, wie du als Wissenschaftler, du bist ja am Institut für oder Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin und am Zentrum für Public Health. Also im Grunde bist du so ein bisschen, weiß ich, das Gegenstück zum Lauterbach, kann man sagen. Der sagt ja auch, er wäre Public Health. Nein, seine Frau sagt das. Ach so, seine Frau sagt das. Okay. Auf jeden Fall, ja, aus deiner Sicht, wie als Wissenschaftler auf den Blick auf unser Gesundheitswesen, wo siehst du da, was ist deine Anamnese? Was ist deine Zustandsanalyse? Was ist krank? Ja, vielleicht nochmal kurz, sozusagen, wie ich eigentlich in die Wissenschaft reingeraten bin und warum. Und das geht eigentlich zurück in meine eigene Ausbildungszeit, in der ich viele Dinge erlebt habe, wo ich mir dachte, nee, so kann es eigentlich nicht sein. Es muss irgendwie auch anders gehen. Und wenn ich daran denke, die wissenschaftliche Arbeit, die ich während meiner Ausbildungszeit gemacht habe, ich war da in der Stoffwechselforschung tätig und diese Forschung war eigentlich durchweg industriefinanziert. Und die Wissenschaftler, besonders mein damaliger Chef, waren auch regelmäßig auf internationale Kongresse eingeladen, voll pharmafinanziert und man logierte dann auch in noblen Etablissements. Und ich dachte mir, nee, also das ist eigentlich nicht das, was ich mir unter Medizin vorstelle. Und ich bin da dann auch einen etwas anderen Weg gegangen, eben erst mal über die eigene Praxis. Und dann, ja, hat mich eigentlich schon sehr früh interessiert, ja, wo sind eigentlich die Kernelemente einer guten Medizin? Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass Medizin schon mal nicht schaden darf. Ja, primum nil nocere ist ja so ein alter, eine alte medizinische Weisheit, also zuerst mal auf jeden Fall keinen Schaden anrichten. Und das ist dann auch mein wissenschaftlicher Schwerpunkt geworden. Also ich habe mich wissenschaftlich mit der Versorgung vor allem von alten und chronisch kranken Menschen befasst, mit dem Thema Polypharmazie, mit dem Thema Patientensicherheit. Also wir wissen ja, dass einige tausend Menschen jedes Jahr durch Arzneimittelwechselwirkungen, durch Fehlverordnungen von Arzneimitteln, durch zu viel Medikamente ums Leben kommen und hier ein immenser Schaden angerichtet wird durch die Medizin. Also man muss gar nicht sozusagen auf die spektakulären Fälle kommen, das falsche Bein amputiert und solche Geschichten gibt es natürlich auch, aber das ist zwar spektakulär, aber zum Glück nicht so häufig. Viel, viel häufiger sind diese subtilen Schäden, die die Medizin anrichtet, einfach durch, ja, die Medizin ist zu einem extrem mechanistischen Denkmodell verkommen, würde ich mal sagen. Ja, also und das spiegelt natürlich auch die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung wieder, wo wir das Problem haben, dass Menschen eben, ja, wie du eingangs gesagt hast, eben nicht mehr unterscheiden können, bin ich denn jetzt gesund oder bin ich nicht gesund? Und dann kommt der Wunsch nach einem Test, mit dem ich sozusagen meine eigene Gesundheit unter Beweis stelle oder auch mir selber sicher werden kann, ich bin ja doch gesund, ja. Also das sind die Themen, die mich so in der Forschung interessiert haben und wir haben zum Beispiel, habe ich ein, für über fünf Jahre ein großes EU-Projekt geleitet, in dem wir eine Entscheidungshilfe entwickelt haben, wie man bei Patienten mit Polypharmazie, also die mindestens sieben, acht verschiedene Medikamente einnehmen und das ist im höheren Lebensalter dann fast die Hälfte der Bevölkerung, wie man, wie man die von den Medikamenten auch wieder wegbringt und was man tatsächlich damit Gutes bewirken kann und wir konnten dann auch in dieser Studie zeigen, dass man durch das Absetzen von Medikamenten, also nicht durch das Verordnen von Medikamenten, sondern durch das Absetzen von Medikamenten kann man die Mortalität senken und die Krankenhausaufenthaltshäufigkeit senken. Also man tut den Menschen was Gutes, wenn man die Medikamente eben auch mal durchforstet und überlegt, was ist hier wirklich sinnvoll und was nützt dem Patienten wirklich und was nützt vielleicht mehr der Industrie. Also das ist so meine Ausgangslage und ja, dann ist man natürlich sehr schnell beim Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem, das Gesundheitssystem, so wie es jetzt konstruiert ist, fördert letztendlich diese Art von Medizin, von mechanistischem Medizinbild hin zu einer Precision Medicine, die eben auch sehr mechanistisch ausgerichtet ist. Also prinzipiell ist eigentlich gegen Präzisionsmedizin natürlich gar nichts einzuwenden. Das ist sicherlich gut, wenn wir wissen, bei welchem Patienten und welcher genetischen Konstellation und so weiter Medikamente tatsächlich eine bessere Wirkung entfalten. Also ich glaube, die Forschung in die Richtung, das ist schon durchaus sinnvoll, aber man muss eben aufpassen, dass man nicht den Menschen doch zu einer Maschine reduziert. Und das ist etwas, was leider heute doch zunehmend passiert, wie wir es jetzt auch letztendlich mit dem ganzen Pandemie-Management erleben. Ja, die Menschen sind Maschinen, die müssen jetzt getestet werden und wenn der Test so und so ausfällt, dann hat das die und die Konsequenzen und man sieht den Menschen eigentlich nicht mehr als Gesamtwesen aus Körper und Geist und Seele, der natürlich gesund sein kann, egal wie ein Test ausfällt oder der krank sein kann, egal wie ein Test ausfällt. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir wieder den Menschen erkennen. Und die Frage ist natürlich jetzt, ja, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Das heißt, es ist ganzheitlich, also nicht mechanistisch und nur den Körper, sondern ganzheitlich Psyche, Körper und Geist eigentlich zu betrachten, auch als Mediziner, als Medizinerin. Ja, genau. Und also jetzt kann man natürlich anfangen, okay, da braucht man natürlich einmal die Ausbildung. Das heißt, wir müssen im Medizinstudium nachschauen, sozusagen, was lernen denn die Studierenden? Denn die lernen natürlich mechanistische Medizin in erster Linie. Wobei man sagen muss, ich meine, gerade an der Medizinischen Universität Wien wird sehr großer Wert darauf gelegt, den Studierenden kommunikative und soziale Kompetenz beizubringen. Also, die Ansätze sind an sich da. Ich glaube nur, dass das Problem entsteht dann im Lauf des Studiums, wenn die Studierenden sozusagen in die Realität des heutigen medizinischen Alltags eintauchen und dann merken, naja, das mit der Kommunikation, das läuft hier eigentlich alles nicht so, sondern es läuft eben ganz anders. Es läuft so, der Patient kommt mit einem Symptom XY und dann wird die technisch-labordiagnostische, bildgebende Diagnostiklatte runtergefahren, ja. Und das Ganzheitliche rutscht sehr weit in den Hintergrund. Und ich denke, dass sicherlich ein Problem ist natürlich die Organisation und auch Finanzierung des Gesundheitssystems, ja. Wir haben ja in erster Linie vor allem im stationären Bereich Strukturen, die eher auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind als auf Patientenversorgung. Im ambulanten Bereich haben wir das teilweise auch, ich würde sagen, nicht ganz so weit fortgeschritten. Und es gibt da auch bessere Ansätze, dem zu begegnen. Und das wären so die ersten Ansätze, wo man nachdenken muss. Also ich bin zum Beispiel ein strikter Gegner der deutschen Krankenhausfinanzierung, die eben mit privatisierten Kliniken arbeitet, wo es letztendlich um den Gewinn von Anteilseignern geht und nicht um Patientenversorgung. Für dich als Wissenschaftler, würdest du sagen, du machst ja jetzt den Schritt in die Politik rein. Ist das so, wo du sagst, okay, wo ich als Wissenschaftler gearbeitet habe, da habe ich jetzt die Analyse gemacht. Ich sehe, da komme ich mit allen Sachen nicht voran. Jetzt muss die politische Ebene noch mit reinkommen und da möchte ich mich jetzt auch engagieren. Oder was betreibt dich dazu, jetzt auch den Schritt in die Politik zu machen? Ja, das ist vielleicht ein guter Aufhänger sozusagen. Letztendlich hat sich die Wissenschaft und die Ärzteschaft an sich, also natürlich gibt es ja glücklicherweise einige Ausnahmen. Ich bin ja nicht die Einzige, aber die Ärzteschaft als Gesamtes, mit inklusive der Kammern und der Fachgesellschaften, die haben sich ja alle letztendlich massivst disqualifiziert. Und die Symptome, die ich vorher geschildert habe, dass das Gesundheitssystem eigentlich nicht mehr auf den Menschen ausgerichtet ist, sondern eher auf Gewinnmaximierung, dass da immense Lobbys dahinter stecken, dass Pharmainteressen, Medizinprodukte, Herstellerinteressen hier im Vordergrund stehen und dass leider auch viele Ärzte eben dem schnöden Mammon sozusagen zum Opfer gefallen sind. Das hat sich, glaube ich, seit Langem abgezeichnet und hat sich sozusagen jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise hat sich das massivst zugespitzt. Und da hat sich natürlich, das ist natürlich multifaktoriell, das ist ja nicht das Einzige, sondern in der Corona-Krise hat sich das Ganze noch vermixt mit Angst. Ich glaube, dass sehr viele Ärzte eben selber Angst haben und Panik haben, sich haben anstecken lassen von den Medien, die sehr reißerisch diese Pandemie aufgebauscht haben. Und Angst und Vernunft ist ja eh schlecht vereinbar, ja. Also mit Angst schaltet man die Vernunft ja ab. Und wenn die Vernunft dann ganz abgeschaltet ist, dann offenbaren sich Dinge, die vorher zwar subtil auch vorhanden waren, aber die jetzt wirklich so richtig zum Ausbruch gekommen sind. Ja, also ich habe Kollegen gehört, die diskutiert haben, wie viele Testpositive hast du denn in deiner Praxis in den letzten drei Wochen gehabt? Ja, bei mir waren zwei und die sind dann zum PCR-Test gegangen und dann hat sich das als falsch positiv herausgestellt. Aber ich hatte schon seit Weihnachten keinen mehr, sagt dann der Nächste. Dann sagt einer, ja Leute, wieso machen wir diesem Schwachsinn eigentlich mit? Dann sagt der Erste wieder, halt bloß das Maul, wir verdienen Geld damit. Also da tun sich wirklich Abgründe auf, die man vorher gar nicht so im Bewusstsein hatte oder vielleicht nicht wahrhaben wollte. Man dachte eigentlich, nee, so schlimm kann es ja eigentlich noch gar nicht sein. Aber es ist eben wirklich so schlimm. Und ich glaube, dass man hier nur noch politisch überhaupt weiterkommt. Und es ist natürlich so, dass die Medizin ja auch jetzt nur ein Beispiel ist für die Gesamtgesellschaft. Die gleichen Strukturen, mit denen wir in der Medizin kämpfen, einfach eine mechanistisch-materialistische Sichtweise des Lebens schlechthin, die zieht sich ja durch alle Bereiche. Die zieht sich ja durch die Politik, die zieht sich durch die ganze Thematik Wirtschaft. Und man fragt sich, wie sollen wir eigentlich überhaupt da rauskommen? Wie sollen wir die großen Krisen, die noch auf uns zukommen, die Umweltzerstörung, den Umgang mit den Naturressourcen, wie sollen wir das in den Griff kriegen, wenn wir nicht grundlegend unsere politische Einstellung ändern und hier einfach was anders machen? Zumal die Lösungen, die uns da angeboten werden, auch wieder nur materialistisch letztendlich sind. Und eine wirkliche Änderung des Umgangs, des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur mit beinhaltet. Genau. Ja, sag mal, du hast dich ja ganz aktiv am Basisprogramm, der Basis im Bereich Gesundheit engagiert. Was sind denn so da, wären da jetzt die großen, die Paradigmenwechsel, wie würde ein neues gesundheitses Wesen aussehen, was ihr dort in Grundzügen, und ich weiß, das ist noch kein ausgefeiltes Programm, aber zumindest in Grundzügen skizziert habt? Ja, also der Mensch muss wieder in den Mittelpunkt rücken. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Und dann, ich glaube, dass einfach die vier Säulen der Basis, das ist ja das, was mich zur Basis gebracht hat und was mich an der Basis fasziniert und begeistert, diese vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz, das kann man jetzt sozusagen am Gesundheitssystem einfach mal durchdeklinieren. Ja, Freiheit heißt doch, dass der Mensch über seinen eigenen Körper, über seine eigene Gesundheit selbst bestimmen kann. Das ist ein absolutes Grundrecht. Und ich meine, Frank Grödel hat das ja mal sehr schön gesagt, ein Grundrecht ist eben ein Grundrecht. Das ist nicht ein Recht, das an Bedingungen geknöpft ist, sondern es ist ein Grundrecht. Und Grundrechte sind nicht veräußerbar und nicht beschränkbar. Also ich kann nicht sagen, ich mache dein Grundrecht abhängig davon, dass du ein bestimmtes Testergebnis hast oder dass du eine Impfung vorweisen kannst. Das ist ja vollkommen absurd und widerspricht jeglicher medizinischen Ethik, wie wir sie eigentlich seit Hippokrates pflegen. Und diese Freiheit muss natürlich im Gesundheitssystem auch zuallererst verankert sein. Das heißt natürlich, dass ich als Patient, als Mensch, der Hilfe sucht, der medizinische Hilfe sucht, muss ich die Freiheit haben, auch zu entscheiden, wie und wo ich diese Hilfe bekomme. Also wir brauchen hier einen Paradigmenwechsel, natürlich auch im gesamten System, in dem jetzigen System, in dem verschiedene medizinische Schulen sozusagen gegeneinander antreten und sich im schlimmsten Fall gegenseitig bekämpfen. Also hier brauchen wir ein viel freiheitlicheres Grundkonzept zum einen. Und wir brauchen natürlich die Machtbegrenzung, das heißt die Machtbegrenzung von Strukturen im Gesundheitswesen. Wir brauchen eine Machtbegrenzung der Versicherungen. Wir brauchen Machtbegrenzung von Administrationen von Krankenhäusern. Wir brauchen Machtbegrenzung von Ärzten in der Hierarchie. Wir brauchen Machtbegrenzung von Ärztekammern. Und wir brauchen natürlich auch Machtbegrenzung im Hinblick auf den Einfluss von Industrie, von Lobbys, von Medizinprodukte und Medizingeräteherstellern. Nicht die andere Seite der Machtbegrenzung, auch die Selbstermächtigung und Selbstbestimmung der Patienten und Patientinnen. Also ich glaube, das muss ja ineinander gehen, oder? Dass Patienten und Patientinnen sich eine Kompetenz aneignen und nicht ihre Gesundheit einfach beim Arzt delegieren. Genau. Also das ist natürlich etwas, was wir eigentlich, sagen wir mal, gerade von der Allgemeinmedizin her seit langem propagieren und auch von der Evidenzbasierten Medizin. Das ist ja so mein zweites wissenschaftliches Standbein. Die Evidenzbasierte Medizin wird ja häufig missverstanden als, ja, die machen da ihre Studien und dann ist das eine Studiengläubigkeit. Und was die Studie sagt, das ist dann das Evangelium. Ja, das stimmt ja gar nicht. Ja, Evidenzbasierte Medizin ruht ja auf drei Säulen. Die Evidenzbasierte Medizin, so wie sie von dem Gründervater David Sackett entwickelt und gedacht wurde. Und diese drei Säulen sind einmal natürlich die wissenschaftliche Studienevidenz. Das ist die eine Säule. Aber die anderen beiden Säulen sind gleichwertig daneben. Und das ist die klinische Expertise des Arztes und gleichwertig die Wertvorstellungen und Wünsche des Patienten. Also auf diesen drei Säulen ruht letztendlich die medizinische Entscheidung. Und aus diesem Konzept ist ja dann das Konzept der sogenannten partizipativen Entscheidungsfindung entstanden, wo also Arzt und Patient gemeinsam unter Abwägung aller verfügbaren wissenschaftlichen Informationen zu einer, ja, für beide tragbaren Entscheidung kommen. Und die kann beim einen Patienten so ausfallen und bei einem anderen Patienten mit der gleichen Konstellation fällt sie anders aus, weil der Mensch eben anders ist, ja, auch wenn er das gleiche Testergebnis hat. Ja, und ich glaube, weil Gesundheit einfach auch individuell ist. Ja, das ist, das empfindet jeder eben auch anders und das darf auch jeder anders empfinden. Also ich finde es sehr schön, den Begriff partizipative Entscheidungsfindung, weil das ist ja letztendlich auch wiederum, dass im politischen Bereich die Basisdemokratie haltet. Genau, genau. Genau, deswegen finde ich es wunderbar, ja. Genau, und dieser Begriff, den darf man auch, also man kann ja jetzt sozusagen das Pendel auf die andere Seite ausschlagen lassen und sagen, okay, der Patient ist der, der anschafft und die Medizin ist eigentlich nur noch der Supermarkt sozusagen und der Patient geht rein und nachdem er versichert ist, muss er nicht mal bezahlen, sondern er darf einfach alles aus dem Regal nehmen, was er will. Das wäre auch missverstanden, ja, das wäre das andere Extrem. Also ich denke, man muss, man muss hier wirklich eine sinnvolle Synthese finden zwischen dem, was an wissenschaftlichen Erkenntnissen da ist, dem, was an Patientenvorstellungen da ist und dem, was wie der Arzt sozusagen die klinische Situation einschätzt. Und das ist etwas, was wir in der Allgemeinmedizin seit vielen Jahren eigentlich propagieren und was wir jetzt im Moment mit der Corona-Krise anscheinend vollkommen über Bord geworfen haben. Ja, jetzt geht es nur noch auf Direktive sozusagen. Da wird von der Politik und ihren sogenannten Experten wird angeschafft und das wird jetzt so gemacht. Also das wird überhaupt nicht mehr abgewogen. Also wenn man vor eineinhalb Jahren, ja, auf einem Allgemeinmedizinischen Kongress, also auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, wo ich regelmäßig auch vorgetragen habe und so weiter, jedes Jahr. Wenn ich da vor anderthalb Jahren gesagt hätte, okay, wir machen das jetzt mal ganz anders, wir lassen jetzt mal die Regierung anschaffen, wie Gesundheit funktioniert, die hätten mich in der Luft zerrissen, ja. Und jetzt, jetzt bin ich der Böse, weil ich sage, Leute, also ihr habt eigentlich unser, ihr habt eigentlich unsere Grundidee von Medizin verlassen. Ihr habt es aufgegeben. Also wir haben in der Allgemeinmedizin eigentlich immer dagegen angekämpft, weil die spezialistische Medizin, die hochspezialisierte Medizin, war immer schon mehr mechanistisch ausgerichtet als die Allgemeinmedizin. Die Allgemeinmedizin war eigentlich so der Leuchtturm. Ja, also auch jetzt Kinzigtal oder so, ja, das hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, das hausarztzentrierte Versorgung, das Modellprojekt da Baden-Württemberg und so. Da sind ja tolle Ansätze eigentlich entstanden. Nur jetzt hat man das alles über Bord geworfen. Also machen wir jetzt alles nicht mehr. Ja, wir testen jetzt die Gesunden. Wir haben immer gesagt, Gesunde werden nicht getestet, weil das ist nicht sinnvoll. Und jetzt testen wir Gesunde mit Tests, die nicht mal das aussagen, was sie vorgeben, zu testen. Also das ist wirklich so absurd geworden, die Medizin. Und das ist für mich ja fast eine Verzweiflungstat, dass ich sage, also Leute, Medizin alleine nützt offensichtlich nichts mehr. Jetzt muss man in die Politik gehen, ja. Ich habe teilweise Leute in meinen Gruppen, die kommen heulend, weil ihr 30-jähriger Hausarzt, also den sie schon 30 Jahre hatten, sie nicht mehr behandelt. Also die sind, ich habe Leute, die sind wirklich verzweifelt, weil sie finden keinen Hausarzt mehr. Also weil der entweder erst einen Test will oder eine Maske oder einen Abstrich. Und sie sagen, sie haben aber Atteste dafür. Und da würde ich ja als Hausarzt sagen, okay, dann kommen sie nach der Sprechstunde, wenn ich die nicht im Wartezimmer haben will oder so. Aber da werden wirklich lange Beziehungen, die teilweise noch eine Generation vorher reichen, die werden aufgebrochen und die haben kein Vertrauen mehr. Ja, wie kommen wir da raus? Wie kann denn das neue Gesundheitssystem aussehen? Ja, wir waren noch bei zwei anderen Säulen. Ja, ja. Der Schwarmintelligenz. Ach so, bei den Säulen waren wir noch. Achtsamkeit. Ja, die Achtsamkeit und die Schwarmintelligenz. Achtsamkeit, ja gut. Jetzt sind wir bei der wichtigsten Säule vielleicht, was Gesundheit oder was zumindest Interaktion im Gesundheitsbereich anbetrifft. Achtsamkeit, also achtsamer Umgang miteinander. Wie kann ich eigentlich meinen Patienten gegenüber wieder achtsam werden? Und das haben Ärzte leider zu einem großen Teil verlernt. Die Patientin, die gerade bei mir war jetzt, die ist mit Verdacht auf Schlaganfall, weil sie plötzlich aufgetretene Doppelbilder hatte, in die neurologische Klinik eingewiesen worden. Mit Verdacht auf Schlaganfall, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ist um 5 Uhr in die Klinik gekommen mit der Rettung und ist um 23 Uhr versorgt worden. Die hat da erstmal sechs Stunden gewartet. Also das gibt es doch nicht. Also ich meine, das kann doch gar nicht sein. Und leider ist das kein Einzelfall, sondern es ist sehr, sehr häufig, dass man solche Geschichten zugetragen bekommt. Also ich erlebe es ja nun im Moment wenig selbst, aber ich bin natürlich mit vielen Kollegen in Kontakt, unter anderem mit meiner Ehefrau, die in der Klinik arbeitet. Und die Geschichten, die sie teilweise mit nach Hause bringt, da sträuben sich einem die Haare. Das ist einfach nicht achtsam. Achtsam, also dass ich Acht gebe auf den anderen Menschen, dass ich versuche, mich empathisch auch in seine Situation reinzuversetzen. Was fühlt der jetzt? Was bewegt ihn? Was ist das Problem? Und wie kommen wir da wieder hin? Wie können wir achtsamen Umgang miteinander wieder lernen? Ich denke, es muss natürlich in der Ausbildung anfangen. Aber wie gesagt, die Ausbildung, ich glaube eher, dass momentan ist es so, dass die jungen Menschen, die jetzt ins Medizinstudium einsteigen, also ich koordiniere in der MedUni Wien den Block 1, also das ist der Eingangs-Lehrblock für das Medizinstudium. Und die kommen halt alle noch mit wirklich tollen Vorstellungen, Wünschen, Vorsätzen. Idealismus. Idealismus. Ja, wichtig. In dieses Studium. Und sind auch begeistert davon, wenn man auch die Dinge anspricht. Also ich habe in diesem ersten Block, habe ich eine Vorlesung, ja, Medizin kann schaden, um da das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich habe eine Vorlesungsstunde über, ja, was bedeutet eigentlich wissenschaftsbasierte, evidenzbasierte Medizin? Ja, es ist eben nicht nur die Studie, sondern es ist die Komplexität dieser Arzt-Patienten-Interaktion, die Komplexität des menschlichen Wesens, mit dem ich zu tun habe, wenn ich als Arzt mit einem Patienten zu tun habe. Und die Studierenden sind da eigentlich wirklich noch so mit Herz und Seele dabei. Und es ist so schön, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten und zu diskutieren und zu sprechen. Jetzt leider sehr viel online noch schöner wäre, wenn es in Präsenz wäre. Aber selbst online geht viel, ja, in kleinen Seminaren, dass man ins Gespräch kommt und über Fälle diskutiert. Auch mit diesen Erstsemestern, die noch von Medizin sozusagen relativ wenig Ahnung haben, aber die einfach menschlich sind noch und die so offen sind und die werden eigentlich im Studium, im Laufe des Studiums und im Laufe ihrer weiteren Ausbildung eher verdorben. Und die Frage ist, wie kommen wir davon weg? Und ich glaube also, dass wir als allererstes Mal das Krankenhaussystem umkrempeln müssen. Es muss wieder Medizin im Krankenhaus gemacht werden. Und das Sagen haben im Krankenhaus im Moment die Verwaltungen, die auf den wirtschaftlichen Erfolg des Spitals als Unternehmen achten müssen. Könnte da die Schwarmintelligenz helfen? Du hast ja auch schon Gruppen geleitet. Wie könnte das weitergehen mit diesem Gesundheitssystem oder wie können wir das völlig umkrempeln? Da ist es doch, glaube ich, wichtig, dass da ganz viele Ideen wahrscheinlich auch aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Also ähnlich auch von Psychologen, vielleicht auch von Soziologen, von Theologen, keine Ahnung, weil Krankheit ist ja ein komplexes gesellschaftliches Geschehen auch. Und es braucht ja Umwälzungen auf ganz verschiedenen Ebenen. Ja, also ich glaube, dass ein Krankenhaus kann nur wirklich in einer konstruktiven, interprofessionellen Atmosphäre gut funktionieren. Und Krankenhäuser funktionieren im Moment so, dass die Verwaltung, die Administration, die Wirtschaftsadministration eigentlich den Ton angibt. und dann innerhalb der Ärzteschaft noch eine sehr rigide Hierarchie herrscht und die anderen medizinischen Berufe, die im Krankenhaus natürlich mindestens genauso wichtig sind wie die Ärzte, die Pflege, die Physiotherapie, diese begleittherapeutischen Verfahren, die wir eben auch natürlich brauchen. Ich glaube, dass hier ein viel intensiverer interprofessioneller Austausch stattfinden muss. Und ja, wie gesagt, wir müssen definitiv wegkommen von der Gewinnmaximierung. Ich glaube, wir haben in den letzten 20, 30 Jahren ja einen Wandel von Gesundheit hin zu Gesundheitswirtschaft gehabt. Und das muss man wieder rückgängig machen. Also Gesundheit ist nicht etwas, wo man wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Also wenn jemand krank wird, das ist ein wirtschaftlicher Schaden. Das ist einfach so. Da kann man auch keine Gewinne draus maximieren. Ja, also das geht nicht. Das heißt, wir müssen sicher zu einem neuen Finanzierungssystem für Krankenhäuser kommen. Wir müssen wieder die Krankenhäuser eher in die öffentliche Hand geben oder zumindest in gemeinnützige Trägerorganisationen. Und wir brauchen ein anderes Honorarsystem, das letztendlich nicht so wie das DRG-System, mit dem wir derzeit Krankenhausfinanzierung betreiben, das ja diagnosebezogen ist. Und wo es eigentlich darum geht, dem Patienten möglichst viele Diagnosen anzuhängen, damit man dann maximale Gewinne rausschneiden kann. Und natürlich die Diagnosen kriege ich nur dadurch, dass ich dann entsprechend auch technisch den Patienten durch alle möglichen Untersuchungen durchnudel, die er vielleicht eigentlich gar nicht braucht. Wäre es denn nicht gut, auch viel mehr Geld in die Prophylaxe zu tun? Also nicht in die Vorsorgeuntersuchungen, sondern das, was ich sagte, mit der Selbstermächtigung von Menschen, dass die einfach schon von klein auf lernen, wie funktioniert der Körper. Ich finde zum Beispiel immer ganz wichtig, Sympathikus, Parasympathikus zu unterrichten. Also was bringt mich auf die Palme und wie komme ich wieder runter? Weil das ist ja ein ganz wesentliches System, was wir haben, um uns zu balancieren. Dass auch Achtsamkeitstraining oder autogenes Training oder Imagination, dass Menschen einfach, wir haben ja 70 Prozent sogenannte Zivilisationserkrankungen, die gab es vor 100 Jahren noch gar nicht in dem Maße. Und wäre es da nicht sinnvoll, da auch ein anderes Bewusstsein zu haben, dass Menschen gar nicht mehr so viel krank werden? Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dass wir Krankheit nicht verhindern können. Also die Prävention, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das nicht sinnvoll ist, dass man Menschen dazu erzieht, auf ihren eigenen Körper zu achten. Ja, oder diese Körper-Geist-Seele-Einheit, irgendwie selbst, auch die Selbstwahrnehmung. Und das sollte man schon fördern. Das ist natürlich ein Problem, das wir heute mit der Jugend haben, die zunehmend mit digitalen Medien aufwächst. Und die eigene Körperlichkeit tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Viele Kinder machen ja auch, wobei die Corona-Krise hat jetzt natürlich wunderbar dazu beigetragen, das weiter zu verschlimmern. Verschlimmern, kein Sport. Sportveranstaltungen sind alle ausgefallen. Die Kinder haben, Sozialkontakte sind alle ausgefallen. Also wir haben jetzt wirklich eineinhalb Jahre bald genau das Gegenteil von dem gemacht, was man eigentlich machen sollte. Ich meine, Kinder gehören sozialisiert. Die müssen in der Gruppe aktiv werden. Die müssen raus in die Natur. Die müssen ihren Körper spüren. Das kann man nur, indem man den Körper auch benutzt. Wenn man die ganze Zeit nur auf dem Sofa hockt und ins Handy starpt, dann verliert man das Körperbewusstsein. Also das glaube ich, das ist sicherlich sinnvoll. Die Zivilisationskrankheiten, die kriegen wir damit nicht weg. Also nicht wirklich. Ich glaube auch nicht so richtig an die Zivilisationskrankheiten. Also wenn man zum Beispiel der Ötzi, ja, der ist euch ein Begriff. Der hatte Krebs. Der hatte nicht nur Krebs, sondern der hatte auch eine fortgeschrittene Arteriosklerose. Genau, ja. Also das heißt, diese Krankheiten, die wir jetzt als Zivilisationskrankheiten bezeichnen, die gab es schon immer. und die gibt es natürlich heute vor allem deswegen so in so hohem Ausmaß, weil wir eben älter werden. Weil ich meine, die Zivilisationskrankheiten, die gibt es in Afrika natürlich viel weniger. Ja, klar, wenn die mittlere Lebenserwartung in Uganda 52 ist, dann erleben die Menschen ihre Zivilisationskrankheiten nicht mehr, ja, ihre sogenannten. Also ich glaube da, das ist schwierig. Das ist ja auch sehr multifaktoriell. Ja, das kann man ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es egal ist, was man isst, ja, aber man sollte das auch nicht überbewerten. Es ist sicherlich nicht gesund, wenn man jeden Tag zwei Liter Cola trinkt und nur noch Hamburger bei McDonald's isst. Das ist schon klar, dass das nicht zuträglich ist. Aber ich glaube, der Mensch ist da relativ flexibel, was er sozusagen toleriert, ja, ohne krank zu werden. Und Krankheit ist ein, ist ein sehr multifaktorielles Geschehen, ja, da spielen natürlich Verhaltensfaktoren eine Rolle, da spielt die Ernährung eine Rolle, da spielt eine Rolle, wie viel ich mich bewege, da spielt eine Rolle, ob ich rauche oder nicht, da spielt eine Rolle, ob ich in einer verschmutzten Umwelt lebe mit viel Feinstaubbelastung und so weiter. Natürlich spielt das alles rein, aber es spielen auch sehr viele Zufälle mit rein, es spielt genetische Veranlagungen mit rein, auch da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu mechanistisch denken. Ja, das ist sehr komplex und wir durchschauen das auch teilweise nur unzulänglich. Also ich glaube, ich bin völlig d'accord, wir sollten dahin kommen, dass Menschen Gesundheitskompetenz erlernen und gesundheitskompetent aufwachsen, das ist aber eigentlich das Normale. Also ich glaube, dass Kinder oder Menschen, die natürlich aufwachsen, die haben Gesundheitskompetenz, die können sehr wohl beurteilen, was was für sie gut ist und was für nicht, was nicht und ob sie gesund sind oder nicht und ich glaube eher, dass wir das den Menschen im Moment aberziehen und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht in dem Maße tun, dass dieses Gespür für den eigenen Körper und für die eigene Gesundheit verloren geht. Du hattest ja auch schon wichtige Punkte angesprochen, also gerade so bei den Kindern das Soziale und das ist ja auch, wenn man sich die Langlebigkeitsforschung anschaut, ist es ja auch gerade die Blue Sons, wir waren mal aus Sardinien, haben uns die Blue Sons mal da angeschaut, so eine auch, da sieht man halt die alten Menschen, die halt mitten im Leben halt da mit aktiv sind noch und die mit einbezogen sind, die in der sozialen Gemeinschaft leben, das sind ja soziale Gemeinschaften und der Sinn im Leben ist ja das Wesentliche, was, also diese Faktoren für, was nicht gesund alt werden lässt und da sieht man auch die Beispiele, man kann sehr wohl, der Mensch kann gesund alt werden. Ja. In Afrika habe ich wunderbare alte Menschen gesehen, die wunderbar gesund waren. Die haben zwar keine Zähne mehr, aber ansonsten waren sie gesund. Ja, 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 ja. Und das ist ja auch die Basis für uns zu diesem Aspekt halt, dass wir sagen, also wir wollen noch ein neues Miteinander, ein anderes Miteinander, das wir brauchen halt für unsere Gesellschaft und das ist sicherlich auch ein anderes Miteinander, dann eine Basis für, eine andere Basis für Gesundheit. Ja, was sicher auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, auch jetzt gerade im Rahmen der Corona-Krise ja sich massiv abzeichnet, das Sozialgefälle. Ja. Also Gesundheit steht ja in sehr, Gesundheit und Lebenserwartung stehen in sehr engem Zusammenhang mit dem, mit dem sozialen Arme, die ärmsten 20% der Bevölkerung in Deutschland haben eine um acht bis zehn Jahre niedrige Lebenserwartung als die 20% reichsten. Ja. Und zum Beispiel Faktoren wie Arbeitslosigkeit, ja, da gibt es ja schöne Studien, die übrigens auf der, auf der Seite vom RKI abrufbar sind, die gezeigt haben, dass zum Beispiel ein Jahr Arbeitslosigkeit im Durchschnitt die Lebenserwartung um drei Monate reduziert. Ja. Und wenn man bedenkt, was wir jetzt an Kollateralschäden im Hinblick auf Armut und Arbeitslosigkeit produzieren durch die, durch die Corona-Maßnahmen, dann, dann opfern wir ein Vielfaches an Lebensjahren für die Lebensjahre, die vermeintlich durch die Maßnahmen gerettet werden oder gewonnen. Also ich, ich denke, das heißt, also wenn wir, wenn wir über ein Gesundheitssystem nachdenken, ein neues, dann muss man sicherlich auch dieses Sozialthema mit einbeziehen. Und also das ist jetzt noch nicht wirklich in der Gesamtbasis konsensiert, aber sagen wir mal, ich darf ja auch meine eigene Meinung durchaus mal kundtun. Und ich denke, dass wir in der medizinischen Versorgung auf jeden Fall versuchen müssen, zu einem besseren Solidarsystem zu kommen, als wir im Moment haben. Im Moment ist es so, dass die 10% Reichsten sich aus dem Solidarsystem abmelden können. Und die machen ihre eigene, ihre Privatversicherung. Mit welchem Recht? Warum soll der Reiche sich aus dem Solidarsystem abmelden dürfen? Also entweder wir haben ein Solidarsystem, dann sind alle drin, oder wir haben es eben nicht, dann macht jeder privat, dann haben wir amerikanische Verhältnisse. So ist es so, dass wir dem Sozialsystem, also dem Solidarsystem eigentlich ja, wir machen es halbschareg sozusagen, ja, die Menschen, die eigentlich viel Geld hätten, die müssen in dieses Solidarsystem nicht einzahlen, sondern zahlen in ihr eigenes Privatsystem ein. Das ist ja auch eine der Forderungen, die ihr habt, oder ist eine einheitliche Krankenkasse? Also das wäre eine Forderung, die wir haben, wobei wir natürlich jetzt gerade im Hinblick auf die Corona-Thematik davon weggekommen sind, eine einheitliche Bürgerversicherung, die zentralistisch in Berlin sitzt, zu fordern, wo alle Daten sozusagen dann auch gespeichert werden. Das wollen wir jetzt, das wollen wir eben auch nicht, weil das natürlich eine Machtkonzentration ist, die wir nicht gut heißen. Das heißt, wir wollen schon eine solidarische Bürgerversicherung, die aber dezentral organisiert ist, dezentral regional. Das ist aber etwas, was sich sozusagen erst entwickeln muss. Da sind wir auch in unserer AG-Gesundheit noch nicht wirklich weitergekommen, weil da gibt es durchaus Strömungen, die da auch Widerstände dem entgegen bringen. Die Frage ist ja auch, ich benutze zum Beispiel das normale medizinische System, ich glaube, ich war seit fast 20 Jahren nicht mehr bei irgendwelchem Arzt oder so. Ich würde mir dann auch wünschen, dass es andere Alternativen gibt, also dass es die Homöopathie gibt, die Naturheilverfahren, vielleicht auch irgendwelche anderen energetischen Behandlungen oder so, oder dass wenn ich halt besonders viel Geld ausgebe für gesunde Ernährung oder ich weiß nicht was, es wäre schon gut, ich möchte ja mit meinen Finanzierungen nicht unbedingt Sachen unterstützen, wie jetzt meinetwegen die Tests oder so, die ich gar nicht von meinem Prinzip unterstützen möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du jetzt sagst, okay, ich war seit 20 Jahren nicht beim Arzt, dann sage ich, super, Glück gehabt, ja. Hab ich auch, ja. Weil du und du weißt ja nicht, was auf einen zukommt, ja. Das hat man ja nicht unbedingt in der Hand und es gibt natürlich gibt es eine Reihe von Erkrankungen, die man sozusagen selbst verschuldet, vielleicht selbst verschuldet hat oder die man beeinflussen kann durch eigenes Verhalten. Aber es gibt natürlich eben auch sehr viele Erkrankungen, die einen einfach schicksalhaft treffen können und für die man nichts kann, ja. Genau, dafür bräuchte es eine Grundversicherung, das war mir auch wichtig. Genau. Eine Leiterfalle oder ein Auto fährt in mich rein oder irgendwie so. Ich kriege eine Borreliose, weil ich im Wald nicht auf eine Zecke aufgepasst habe oder so. Also, dass es vielleicht so eine Grundversicherung gibt für solche Sachen, aber das, ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, das zu diskutieren, dass da alle mit im Boot sind. Genau, und da gehören aber dann eben alle rein, da gehören auch die Reichen rein. Und dann müssen wir uns natürlich, müssen wir uns Gedanken darüber machen, also wenn es ein Solidarsystem gibt und wir trotzdem eine Freiheit wollen in der Auswahl der Behandlungsmethode, dann muss man sich überlegen, ja, inwieweit finanziert die Solidargemeinschaft das, ja, was finanziert die Solidargemeinschaft und was nicht. Und sagen wir mal, das bisherige Konzept ist zumindest in der Theorie die Solidargemeinschaft finanziert das, was wissenschaftlich nachgewiesen ist, ja. Nun sind natürlich die wissenschaftlichen Nachweise der sogenannten Schulmedizin auch teilweise auf sehr wackeligen Füßen, ja, weil diese wissenschaftlichen Nachweise natürlich auch Pharma beeinflusst sind und die Studien sind Pharma beeinflusst und so weiter. Und die große Lobby für die Phytotherapie haben wir halt nicht und deswegen gibt es da dann auch nicht die entsprechenden Studien dafür. Also das heißt, wir müssten dann eigentlich sagen, okay, wir gehen ein bisschen weg von der strikten Trennung nach wissenschaftlich nachgewiesen und wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das Spektrum jetzt auf der wissenschaftlich nicht nachgewiesenen Seite ist natürlich sehr breit, ja, und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass dann irgendeiner daherkommt und sagt, er hat die Kieselsteine bei Vollmond gesammelt und die legt er dem Menschen jetzt auf die Brust und das soll jetzt auch noch die Solidargemeinschaft finanzieren, sein Honorar, weil durch seine Geistesheilung die ist Tausende von Euro wert an Honorar oder keine Ahnung was, dann muss ich sagen, da ist natürlich dann irgendwann muss da Schluss sein und das ist sehr schwer, wo ziehe ich da die Grenzlinie, ja. Ich glaube, du hattest ganz wichtig angesprochen, es geht ja, ich glaube, die meiste Forschung ist inzwischen Pharma finanziert, was ich gelesen habe. Und das ist natürlich klar, dass die Homöopathen keine Forschung machen oder die Kieselsteinputzer oder was weiß ich, ist, bräuchte, finde ich, eine unabhängige Forschung, die sagt, wir gucken uns diese einzelnen Bereiche mal an, auch im Bereich, wo ich arbeite, Psychoanalyse, Psychologie, es gibt wenig Forschung da im Vergleich zur Pharmaforschung und es müsste einfach, es müssten unabhängige Universitäten geben, die einfach Sachen, wo die Menschen sagen, boah, das wirkt, die einfach mal, können ja erstmal kleinere Forschungen sein, aber dass nicht grundsätzlich ganz viele Bereiche ausgeklammert werden aus der Forschung. Ich finde Forschung schade. Ja, wobei man sagen muss, das ist ja, also das kann man ja nicht ganz so sagen, ja, also es gibt natürlich, es gibt, es gibt eine sehr große Anzahl von Homöopathie-Studien zum Beispiel, ja, die eben natürlich sehr inkonsistente Ergebnisse gebracht haben und es ist so, dass man mit Sicherheit sagen kann, das homöopathische Verfahren wirkt, ja. Individuell. Aber der Nachweis, dass sozusagen die Flüssigkeit, die jetzt 200 Mal geschüttelt und verdünnt wurde, dass die jetzt tatsächlich einen physikalischen oder physiologischen Effekt hat, da würde ich, würde ich jetzt, würde ich jetzt eher sagen, das ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also auch aufgrund der vorhandenen Studienlage, ja. Also da gibt es natürlich schon Studien, es gibt schon eine ganze Menge Studien auch zu sogenannten komplementärmedizinischen Verfahren. Nur, viele Dinge sind halt doch sehr schwer zu untersuchen und vor allen Dingen ist es sehr schwer, den Placebo- oder Suggestiveffekt von dem tatsächlichen Verfahren zu unterscheiden. Und es ist auch natürlich die Frage, muss man das eigentlich machen, ja. Also, wenn ich jetzt ein ganzheitliches Konzept habe von Heilung und Gesundheit, dann ist mir das eigentlich wurscht, ob da jetzt, ja, soll er dann Globuli nehmen, also wenn das Gesamtverfahren jetzt im Rahmen der Suggestiveffekte erfolgreich ist und es dem Menschen nachher besser geht, ja. Mariana sagen so schön, was wirkt, das wirkt, ja. Ja, genau, was wirkt, das wirkt und wer heilt, hat recht, ja. das, gut, Andreas, wir würden vielleicht ganz gerne dann zum Abschluss kommen, wir sind schon etwas über die Zeit und du bist, glaube ich, auch ziemlich busy, wir sind jetzt wirklich in spannende Diskussionen reingekommen, wo wir, glaube ich, noch viel lange diskutieren werden, weiterhin in den, auch in den AGs und so, ja. Wenn deine ganzen Ideen wahr werden würden und wir würden uns 2030 treffen, was wäre, was wäre das für eine Welt, für eine medizinische Welt? Oh, 2030, na gut, das ist im zehnten Sinn noch, ist gar nicht mehr so lang, ja, neun Jahre. Die Basis kommt jetzt in den Bundestag, ja. Du wirst Gesundheitsminister. Ja, ja, ja. Die Gabe darfst du. Ja, ob wir gleich Regierungsbeteiligung kriegen, ist ja noch die zweite Frage, aber, sagen wir mal, wir könnten da zumindest mal ein bisschen mitreden. Also, ich würde definitiv mir wünschen, wir hätten eine menschliche Medizin, die wieder den ganzen Menschen sieht. Wir hätten eine achtsame und respektvolle, interdisziplinäre Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe. Wir hätten Krankenhäuser, die in öffentlicher Hand sind und die den Patienten im Vordergrund sehen und die wirtschaftliche Situation des Krankenhauses im Hintergrund, ja. Also, wir brauchen ein Finanzierungssystem für Gesundheitsdienstleistungen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht Gewinninteressen der Betreiber, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Das wäre, glaube ich, das absolut Entscheidende. Und dann würde ich mir jetzt für den ambulanten Bereich speziell wünschen, und das ist teilweise, gibt es ja, diese Ansätze gibt es ja bereits in den Hausarztmodellen zum Beispiel, dass die sprechende Medizin höher bewertet wird als technische Untersuchungen und dass wir, ja, dass wir es wieder lernen, Gesundheit als ein, als das zu begreifen, wie Menschen sich wirklich selber fühlen, ja. Also, dass wir wegkommen davon, dass man Gesundheit jetzt unter Beweis stellen muss und durch irgendwelche Testverfahren. Also, diesen Irrweg, den hoffe ich, den verlassen wir bald wieder. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Andreas, für dieses inspirierende Gespräch. Ich hoffe, den Zuschauerinnen und Zuschauern hat es auch gefallen, hat sehr inspiriert, da weiter dran zu bleiben an dem Thema. Ja, und falls du Ideen hast, es geht ja um Schwarmintelligenz und da sind natürlich auch die Patienten, Patientinnen oder die zukünftigen Patienten, Patientinnen mitgefragt, dann schreib einfach unten die Ideen und Wünsche drauf. Ich glaube, es ist wirklich eine Zeit, wo keiner jetzt die Lösung hat, sondern es geht darum, die im Miteinander und mit dieser Schwarmintelligenz sozusagen dieses Feld zu bewegen, dass da auch wirklich was Tolles bei rauskommt, was den Menschen dient. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also bitte schreibt eure Ideen, eure Kommentare unten hin. Die können wir dem Andreas gleich weiterleiten oder der Basis in die Gesundheitsgruppen. Das wäre einfach total klasse. Ja, denn darum geht es bei die Basis, dass eben halt die Menschen, die Patientinnen, Patientinnen da mitsprechen können und ihre Ideen halt bringen. Das nennen wir Basisdemokratie. Und das ist, glaube ich, der große Paradigmenwechsel, auch den wir in der Politik wollen, für den sich Andreas, für den wir uns auch einsetzen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Andreas, dir ganz herzlichen Dank für dieses, für deine Zeit. Ja, danke euch. Immer ein Schlusswort. Ja, noch ein Schlusswort sagen, Andreas, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, packen wir es an. Super. Es gibt viel zu tun. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Engagement. Ganz großartig. Alles Gute nach Wien.